Oh nein, hier kommt ein Auto. Oh! Was? Oh, 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 okay. Das wird mal eine interessante Runde. Jetzt muss man ja ein bisschen abwägen, ne? Lohnt sich das überhaupt so lange gewartet zu haben, um dann jetzt direkt am Anfang zu sterben? Letztes Wochenende ging das noch mit dem Warten, aber... Okay. Okay, der ist hier wahrscheinlich wieder rausgerannt, oder was? Ja, da oben. Okay. Einen haben wir schon mal. Jetzt muss ich kurz gucken, ob mein Haus hier clean ist. Oder ich loote erstmal. Weil die Tür jetzt hier auch noch nicht offen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da in dem Moment einer an mir einfach vorbeigerannt ist. Oh, guck mal hier. UMP. Okay. Die nehme ich mit. Ich glaube, hier ist einer. Ach, das ist ein Joke. Na gut. Ich glaube, hier ist einer am rumlaufen. Oder in dem anderen Haus. Eins von beiden. Nee, er kommt hier rein. Okay. Das war nicht so geil gerade. Ich hasse Third Person, damit zu schießen. Hätte jemand noch einen Boost vergessen? Na, den nehme ich doch mit. Okay. Ich will gerade keine Steps. Ähm, okay. Was hat der denn da gemacht? Ich denke mal, der wird hier schon alles mitgenommen haben, oder? Ah, nee. Wobei, ich brauche keinen Pain-Killer. Ich habe ja unten noch die Anzeige. Ich glaube, das müsste funktionieren. Ist hier noch einer? Oh, ein Red Dodge. Sehr gut. Und eine Einer-Weste. Wie viel habe ich? 159. 151. Ja gut, am Ende ist es egal, was ich jetzt mitnehme. Das kann ich noch. Okay. Ja gut, und noch den Einer hier. Ich habe schon wieder zu lange gelootet. Das war jetzt nicht so geil. Habe ich Glück gehabt, dass ich nicht gekillt worden bin. Hm. Da steht sogar direkt ein Buggy für mich. Sehr gut. Oh, mein Gott. Okay. Wo hat er denn jetzt gerade geschossen? Irgendwo da hinten. Das hat sie mir nicht gefallen. Was der mich jetzt so erschrocken hat. Das können wir nicht machen. Und wo hat der geschossen? Irgendwo am Baum dran, glaube ich. Oder ach, da oben auf dem Berg. Ich sehe ihn. Okay. So, hast du davon. Hä? Hä? Guck mal, wie wenig Leben hatte der Typ denn eigentlich? Da ist eine Tür offen. Oh. Oh, fuck. Oh, man. Ernsthaft jetzt? So ein kleiner Hügel? So ein Mist. Meine Herren, du. Da habe ich ja wieder mal richtig geparkt. Habe ich hier wieder mal komplett richtig geparkt. Hm. Ich gehe mal davon aus, dass hier dann... Oh, da ist keiner. Gut, das ist... Dass hier einfach keiner war noch. Ah, Moment. Ich habe den Dreier mit. Also passt das. Oh, hier ist einer. Warum war denn der One-Shot? Leute. Warum haben die denn so wenig Leben? Der war einfach mal One-Shot. Er hätte aber auf jemanden geschossen gehabt. Ah, okay. Das muss ich mir nochmal angucken gehen hier. Oh, komm. Komm schon. Kann doch nicht dein Ernst sein. Das ist 2. Mai jetzt schon. Mitten im Gebiet drin. Okay. Der hatte nicht mal eine Weste. Das höre ich dann nicht praktisch. Ja, falsche Richtung. Ich will mal mehr in die Mitte. Einfach hier so hin. Ich glaube, da hat gerade jemand auf mich geballert, oder? Ja, links von mir. Vielleicht kann ich mein Buggy ja nochmal umdrehen. Oh. Okay. Alles klar. Super Idee wieder. Okay. Super Idee. Okay. Oder einfach nicht. Oder ich lasse einfach bei dir stehen. Können wir auch machen. Okay. Dann waren das meine Steps gerade. Ich dachte schon wieder. Oh, okay. Das waren... Sag mal, habe ich irgendwie Spider-Man-Reflexe? Was zur Hölle? Wieso? Ich dachte jetzt, okay, na gut. Ich komme da nicht hoch. Dreh mich mal kurz um. Lauf anders hoch. Und auf einmal sehe ich den Typen hinter mir. Okay. 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 Ich glaube, ein wenig wird die mich schon brutzeln. Komm, komm. Ah. Oh nein. Hier kommt ein Auto. Oh. Was? No way. Nee. Nee. Nee jetzt, oder? Gibt es nicht. Okay. Okay. Der macht Party hier in dem Wagen. Ja, ich werde jetzt aber nicht... Guck mal, das ist eine bergige Landschaft hier. Gibt es nicht, oder? Was ist denn los? Was ist denn hier los? Ich bin sogar fast noch reingesprungen in sein Auto. Auch geil. Ich denke aber an zwei, drei. Ich bin schon dabei, ja. Das wird aber jetzt ziemlich bescheuert werden, weil ich muss hier irgendwie hoch. Ich will nicht links an dem Berg vorbei, oder? Doch, komm. Mach das jetzt einfach. Okay. Ich guck mal kurz, ob da irgendwelche sind. Wenn ich Pech habe, ist hier oben jetzt einer. Das meinte ich. Ja. Okay. Fuck, Mann. Fuck. 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 Fuck.